Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 Wir müssen mal ganz ganz kurz Diesen Porsche Es ist ein Porsche, es ist ein Porsche Auseinander nehmen Also den haben verfickt schnell ein Auto aus dem GT3 RS Den müssen wir sofort kriegen, weil in der Endgeschwindigkeit kriegen wir den nicht Endgeschwindigkeit hat dieses Auto nämlich nicht Und Händlänge übrigens auch nicht Das ist ein komplett gemachter Fiat 500 Also hier ist alles drin was irgendwie geht Bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube Motorswap des Todes Den kriegen wir gleich im nächsten Mal, den hätten wir aber jetzt schon gekriegt, wenn ich nicht so dumm gespielt hätte Ich meine der hat Allradantrieb, deshalb ist die Höchstgeschwindigkeit extrem gesenkt Ja, wir müssen natürlich kurz Geld machen Eigentlich wollte ich jetzt mal eben kurz Ich hole den nicht ein, ne? Gut, bis wir wieder da sind Also wären wir wieder... Alter sind wir weit gefahren Ist ja schon zweimal 4,5 Euro ausgegeben Naja Mir fällt gerade was auf Ich wundere mich gerade darüber, warum das Spiel so leise ist So Er kommt da übrigens wieder Jetzt ist es ein Rauwelt Porsche Den sollten wir aber auseinander nehmen können würde ich sagen Komm, gönn Entspannt mal eben mit dem 500er dran vorbeigeballert Entschuldigung, mit dem Abarth Mit dem 5,95 Ist es ein SS? Oder SS? Ich weiß gar nicht genau wie man es ausspricht Keine Ahnung Bei uns ist gerade in der Realität ein bisschen Weltuntergang Wir haben ungefähr 700 Liter Wasser gerade hier in einer Sekunde gehabt Dementsprechend sind hier ein paar Keller vollgelaufen Also falls ihr Gleich mal Blaulicht Hört genau Falls ihr gleich mal Sirenen hört, wundert euch nicht Könnt daran liegen, dass die Feuerwehr so ein bisschen Stress hat Gerade ein paar Keller auszupumpen Niki, ich komme dir näher Dennis hat scheinbar wieder angefangen zu schauen Ähm Ah ok Denn Dennis hat kommentiert Und in dem Part wo ich keinen Ton hatte Drei Mal Ich habe auch im letzten Part schon gesagt Irgends wir sind In dem Part wo ich das Auto ja eigentlich gebaut habe Und wir gefahren sind Ähm Bin ich das erste Rennen ohne Tuning gefahren Dementsprechend schwer war es auch Äh Das Problem mit dem Tuning ist Manchmal fühlt es sich einfach so an Als ob die Vorderachse in der Luft war Und man gar nicht lenken kann Ein bisschen weird aber Ist halt einfach ein super schnelles Auto Ganz ehrlich Wenn das Ding jetzt einfach noch eine höhere Endgeschwindigkeit hätte Wäre richtig Abgas Wir machen jetzt hier Diese wunderschöne Meisterschaft Sie sind verrückt Sie sind wundervoll Sie sind die Wagen der Horizon Kult Klassiker Meisterschaft Genau Das waren wir selbstverständlich mit diesem wunderschönen Arbeit hier Das habe ich beim letzten Mal auch schon genauso gemacht Nur halt wie gesagt beim ersten Mal ohne Tuning Und dann habe ich mir gedacht Stecken wir doch mal ein bisschen Power rein Hat sich auch gelohnt Ich glaube das Tuning hier hat irgendwie so knapp 55 gekostet Und das ist halt einfach so Schnell Allein wie kurz dieser einmal übersetzt ist 150 Sechster Gang glaube ich Oder fünfter Gang Kann auch sein Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher Ist halt super geil ey Ist halt unglaublich kleines spritziges Auto Achsstand ist halt viel zu kurz Für so viel Leistung Wenn wir mal ehrlich sind Weil Das Ding ist halt wirklich ein Brummenkreisel So wenn du damit einmal so ein bisschen daneben kommst Dann dreht sich das Ding nur noch im Kreis Das Ding hier ist wirklich nervig zu fahren Muss ich zugeben Ich liebe kleine Autos Ich liebe alte Autos Aber das ist viel zu viel Leistung für den einmal hier Ich werde jetzt irgendwie so 400 kW glaube ich Keine Ahnung wie viel das sind Leistung Das sind so knapp 600 PS hätte ich gesagt Ah ist halt super geil ne Man hätte das Ding hier auch mal mit einem Motorradmotor bauen können Ich stehe jetzt nicht explizit dabei ob es ein Hayabusa Motor ist Ich habe auch gar keine Ahnung von Motorradmotoren Also ich könnte nicht mal sagen Ich glaube ein Hayabusa Motor ist ein Vierzylinder Glaub ich Glaub ich Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Scheiße Aber ja Hätte man auch mit einem Hayabusa Motor bauen können Äh mit einem Motorradmotor Hat mir aber nicht gefallen Hier ist jetzt ein Ich habe überhaupt keine Ahnung was hier drin ist Ich glaube ein Vierzylinder Also auch ein Vierzylinder Aber halt kein Motorradmotor Wir können eventuell gleich mal schauen Wird nämlich eigentlich mal Zeit für ein anderes Äh Äh Design hier drauf finde ich Keine Ahnung was für eins Hallo Denn äh Ja man könnte jetzt natürlich was richtig aggressives drauf machen Weil es ist ja jetzt auch ein aggressives Auto Also Dementsprechend wäre das ja gar nicht mehr so eine schlechte Idee Auf dieses kleine aggressive Auto ein aggressives Design zu machen Könnte man tun Nicht wahr? Ja ja Genau Meine Güte Das haben wir gemacht Ich würde sagen wir machen mal zügig weiter Und Alter will ich immer noch haben übrigens Äh springen dann auch gleich direkt zum nächsten Natürlich kriegen wir 020k Egal Würde ich sagen springen dann mal direkt zum nächsten Das nächste ist hier oben Das hier Äh Hinspringen ja danke Mit Geld reicht hier knapp um das auszugleichen hier Die ganzen Hinspringereien Ich würde sagen wir richten die Veranstaltung hier mal an Ich weiß das hier war ich glaube das schwerste Rennen in den Vieren Oder Fünnen Ich glaube es sind sogar 5 Geile Street übrigens by the way Ist wirklich gut Fällt mir Ich möchte übrigens nicht sagen dass dieses Rennen hier an sich schwer ist Sondern ich mag die Strecke einfach nicht Mit dem Auto hier Also ich mag die Strecke hier allgemein nicht Egal mit welchem Auto Aber mit dem hier ist besonders schlimm Weil Offroad Passage zu nicht mehr Offroad Mit Wasser Mit Sprung Ist das relativ nervig zu fahren Oder war das hier mit Sprung? Ja da kommt der Sprung Hui Genau Das fand ich ein bisschen stressig bin ich ehrlich Also übrigens das hier ist das übelste Drift Monster ne Allrad und trotzdem fährt das Ding hier einfach Quer durch jede Kurve Auch auf Asphalt Juckt den gar nicht Aber mal kein Gewicht und Richtig Leistung Wir sind halt auch Mit einem kurzen Axtstand eine Kombi Die eher ungesund ist nicht wahr? Auch das Wasser das Bremsen im Endeffekt ja gar nicht aus Weil wir halt sofort wieder so eine harte Beschleunigung haben Das wir sofort wieder auf Feuer sind Fahr doch Da hat er uns aber ganz schön blockiert Muss ich sagen Ja da konnten wir jetzt einfach ein bisschen Gas wegnehmen zum Glück Und dann passt das Kannst du bitte mal hinten bleiben Alter Junge leck mich am Arsch Bleib mal hinten Ja bleib mal hinten Das gefällt mir besser Ich habe heute übrigens Essen gemacht Das ist so viel übrigens zu driften Kann das Ding ja Ja ich habe heute Essen gemacht Meine Freundin ist nämlich Bei einer Freundin Dementsprechend war ich heute für das Essen zuständig Und Spoiler Ist geil geworden Es gab Egg Fried Rice Nach dem Rezept was ich bei Pizz Meat Koch gesehen habe Die Jungs fanden es nicht so geil Ich muss sagen es schmeckt gut Also wirklich gut Ich bin voll zufrieden Das ist sehr leckerer Egg Fried Rice Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Oyster Sauce gegessen Ich bin übrigens allergisch gegen Alle wirklichen Viecher die im Wasser leben Ich habe es noch vertragen Sind auch glaube ich genau 2% Oyster oder so drin Also Oyster ist Austern ne Also Austernsoße ist das Joa hat aber geschmeckt Geiles Lied by the way Cyberpunk Ist das ein offizielles Cyberpunk Lied? Weil Gefühlt kenne ich das Lied Ich würde sagen Wir machen mal hier weiter Dafür springen wir aber erstmal einmal dahin und gucken uns an wie viel Leistung der Eimer hier hat ja und was für ein Bruder hier drin ist Und mal vielleicht ein anderes Design drauf Haben 10 Minuten jetzt Geht also relativ gut vorwärts Ähh Upgrades individuell Genau Genau hier ist ein 1,6er Vierzylinder Turbo Ready Motor Und man hätte halt ein Vierzylinder Motorbike Engine einbauen können aber hat halt Leistung eher nein Dementsprechend ok 323 kW haben wir nur Anstatt 21 kW in der Serie Und da wie gesagt ne all wheel drive Hey warte mal wir würden Geschwindigkeit verlieren Ok dann habe ich nichts gesagt Ich dachte Ich dachte wir hätten irgendwie noch Geschwindigkeit gewinnen können Was für eine Reifenmischung habe ich eigentlich drauf Oh ne Offroad Reifenmischung Ok Ähh Ich denke das ist alles voll Weiß ich einfach drin Genau und hier konnte man nur noch Luftmengen begrenzt herausnehmen Gut Ich würde aber sagen Wir hauen ja trotzdem noch ein Design drauf Ähh Design suchen Das sieht richtig aus Ähh Peppa Pig Schmutz Dominos WTF Ah ich weiß nicht ich hätte schon irgendwas gerne in Fiat Optik Na lassen wir es halt erstmal so Würde ich sagen fahren wir mal da vorne hin Ich musste übrigens heute wieder relativ spät aufnehmen Also ich hätte auch ein bisschen früher aufnehmen können Da habe ich halt gekocht und gefressen Ähh Und guckte ob unser Keller voller gelaufen ist Ist er nicht zum Glück Ähh ja Ich muss heute wieder ein bisschen später aufnehmen Weil morgen Ist bei uns Betriebsversammlung Das heißt Ich kann morgen nicht aufnehmen Also halt legit nicht Ich bin morgen Zwar nicht arbeiten aber auf Arbeit Von daher Wird das wohl nix Deshalb muss ich jetzt spontan mal eben ein bisschen aufnehmen Deshalb muss ich jetzt spontan mal eben ein bisschen aufnehmen Was heißt spontan eigentlich hätte ich sowieso vor Aber dann habe ich halt gekocht einen halben Nachmittag Gar nicht mal so lange Aber dann halt auch noch lange gefressen Gefressen habe ich übrigens wirklich lange Ich habe zweieinhalb Teller davon gegessen War richtig lecker Und ich bin zwar satt aber ich habe immer noch Bock mir noch so einen Teller rein zu husten Husten Dann musste ich kurz warten bis ich die Katzen füttern konnte Weil wenn die Katzen im Hintergrund Radau machen Also Nicht so Radau wie ihr das schon kennt Sondern halt Radau Radau Katzen können Noch viel lauter Ok wir sprühen wir zurück Das Lied kommt mir auch bekannt vor Das heißt Warzone Ihr könnt das ja auch sehen Ich meine das Lied kenne ich Weiß gar nicht Bei dem Namen denke ich sofort an Dame Aber ich weiß nicht mal ob der ein Lied mit dem Namen gemacht hat Also das würde passen weil Warzone ist Call of Duty oder? Ich glaube ja Keine Ahnung Ich weiß gar nicht ob das Habe ich das jemals thematisiert Das ich äh Eigentlich auf die Dame Anniversary Tour wollte Und dafür auch Tickets habe Weil die wurde für 2021 leider abgesagt Aufgrund von Corona Ist dann auf 22 verlegt worden Und ja War ich bisschen sad Finde ich aber die absolut richtige Entscheidung Ich meine Können ja nicht alle sich so Machen wie beim Fußball Oder bei Formel 1 Oder bei MotoGP Oder hier x beliebige andere Sachen anhängen Wo absolut gegen jeglichen Menschenverstand gehandelt wird Um möglichst viel Geld noch raus zu quetschen Und darauf geschissen wird Dass wir gerade Mit der Delta Variante kämpfen Und jetzt schon die Ich habe vergessen wie die nächste Variante heißt Kommt Also Absolut hirnlos mal wieder agiert wird Aber was anderes erwarte ich eigentlich tatsächlich auch nicht Ist ja gerade Wahlkampf Dementsprechend wird es auch erst in letzter Sekunde wieder einen Lockdown geben Und dann werden sich die Parteien gegenseitig in den Schuhe schieben An wem es gelegen hat Um den Wahlkampf natürlich nochmal so richtig schön mitzunehmen Kann man jetzt von halten was man möchte Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung Also weiter mit Maske rumlaufen Hat mir eigentlich nicht weh getan bis jetzt Und ich tue es auch immer noch Sehe da überhaupt nicht so ein Problem Aber das will ich hier jetzt gar nicht mal so weit thematisieren Sonst wäre ich aber nur wütend Weil das ist ein Thema wo ich wirklich wütend werde Habe ich jetzt gerade das Design geliked Upsi Macht nichts Ich würde sagen Wir machen jetzt nochmal eben das hier Ich hoffe es ist kein Rundkurs Ich muss sagen ich bin nicht so der Rundkurs Fan Also überhaupt nicht Zumindest nicht mit dem Auto hier Mit den anderen eigentlich auch eher weniger Ist glaube ich ne Ja ist ein Griprennen Also ein Distanzrennen oder Also ein Sprint quasi Ne ist ein Rundkurs okay Ah ich weiß sogar welches Rennen das hier ist Das hier habe ich letztes Mal nur relativ knapp Habe ich es überhaupt gewonnen? Doch ich meine ich habe es relativ knapp gewonnen Ich bin mir aber nicht sicher ob ich hier schon getunt hatte Ich meine ich hatte mehr als ein Rennen ohne Tuning gemacht Ich kann nachgucken Ja ich habe das Video ja noch Ich habe das Video ja noch Vielleicht gucken musst du Okay Da habe ich ein bisschen spät gebremst vielleicht Da wollen wir mal dieses mal ein bisschen früher bremsen Das hat auch deutlich besser funktioniert Meine Güte Ah jejei Wo war ich eigentlich gerade stehen geblieben? Ich habe über das Rennen erzählt gehabt ne Dass ich das letzte Mal nur relativ knapp gewonnen hatte Aber dieses Ding aber noch schneller wäre Aber ich glaube dann wäre es halt auch noch schneller äh schlechter im Handling Dann würdest du aber bei 380 einen Abflug machen Weil es ist schon ein sehr kurz übersetztes Getriebe jetzt ne Ich meine das sind jedes Mal so 20 kmh geführt Ne das sind 30 oder 40 kmh aber trotzdem Das hat man ja deutlich länger übersetzen können Ich bin auch immer noch extrem davon äh Ich glaube beeindruckt ist das richtige Wort Was die in der C7 Z06 für ein Getriebe drin hatten Ich habe gar keine Ahnung was für Autos das noch alles drin sind Ich meine das 7 Gang handgeschaltete Wo du einfach im ersten Gang Ich glaube 120 waren es gefahren bist Oder fahren konntest Wo ich mir einfach so denke alter im ersten Gang 120 Klamotten Das ist schon übel Das ist halt wirklich übel War ein Kompressor oder? Ich mein es ist ein Kompressor oder? Ich mein es ist ein Kompressor oder? Auf jeden Fall komplett krank alter Ich bin 120 Fahrer fahr ich gemütlich im sechsten Also klar ich könnte auch hin Ich tippe mal drauf mein Auto würde im dritten 120 fahren Aber es hat auch einen Diesel mit dem Naja zugegeben für den Diesel ein relativ kurz übersetzter Getriebe Aber es hat immer noch einen Diesel Getriebe Also schon relativ lang übersetzt Meine Güte Meine Güte Ach nice Erstmal schön ein Spinnen Das Auto möchte ich übrigens nicht haben Deshalb kriege ich 30k Ok perfekt Ich hätte jetzt gedacht deshalb kriege ich es erstmal Aber Ne Äh Ab Jetzt will ich nicht zu viel versprechen Wie dieses Video kommt Samstag Ab morgen Kommt eventuell auch mal wieder Äh Oder was heißt mal wieder Es ist jetzt nur einen Tag glaube ich ausgefallen Oder zwei Ähm Wie heißt die Gerät Witcher Aber ich weiß gar nicht ist ausgefallen Oder habe ich noch genug gehabt Uh Weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau Also wenn was ausgefallen ist Kommt ab Sonntag Sollte wieder eventuell was kommen Eventuell sage ich sehr bewusst Weil Kann halt immer was dazwischen kommen bei mir Bin ja bekanntlichermaßen A Sehr faul B Zeittechnisch immer sehr ausgelastet Und C Äh Problembehaft wenn es um Aufnahmen geht Darf ich jetzt fahren Danke Sehr schön Ich habe schon überlegt ob ich jetzt einfach mal Stunden Parts machen soll Ich weiß nicht ob ich da in dem Part darüber geredet habe Der weg ist Oder In dem den ich dann Äh Nachtrick hier aufgenommen habe Äh Wie seht ihr das Also schreibt es mir bitte bitte in die Kommentare Ich wüsste wirklich gerne wie ihr das Seht Würdet ihr euch eine Stundenaufnahme überhaupt mal angucken Oder Sagt ihr Ja ist doch kein Ding Oder ich gucke die Scheiße eh nebenbei Auf doppelter Geschwindigkeit Was ich absolut nachvollziehen könnte Äh Und dann Juckt mich das auch nicht wenn das Eine halbe Stunde dann halt für mich ist Oder so Zum Beispiel gucke relativ viel so Videos relativ lang Ich habe jetzt dann nebenbei äh Die ganzen Pizza mit Kochvideos geguckt Ich bin jetzt fast aktuell Und äh gucke halt Sehr gerne noch die Hanno Videos die gucke ich aber auf einfacher Geschwindigkeit meistens Hallo Freddy Tschüss Freddy Also die Dark Souls Hanno Videos Die sind nämlich extrem geil kann ich nur empfehlen Ähm ja und auch ansonsten gucke ich ganz gerne die Zombie Stream Aufzeichnungen und so Ist ja alles immer relativ lange Videos Was heißt relativ lange Die aktuelle Stream Aufzeichnungen und so sechs Stunden lang oder so Wie ich grad gucke Wie ich grad gucke Also ist schon sehr sehr lang ne Da konnte ich grad nicht lenken können Ich glaube bei dem Rennen bin ich letztes Mal nur Spider geworden Das Ding hat Quall mit dem Socken und wir fahren richtig breite Reifen ne Möchte ich mal anmerken Nicht dass es heißt ja du fährst ja auch hier nur so Trennscheibchen Fisch guck wo du hinfährst Ja ok Das hab ich erwartet Das sind ja hier schon richtig dicke Ne Walzen würde man sagen in anderen Gebieten Meine Güte Freddy fahr doch nicht so ordentlich Ey Junge Also selbst wenn wir hier wieder nur Zweiter werden Es ist komplett egal Wir haben Ja Freddy kann ja einfach relativ gut durch mit seinem Radstand Ne wenn du einen langen Radstand hast brauchst du halt nicht so viel Bremsen Das ist halt deutlich sicheres Sichereres Fahrfeeling Aber ey Entspannt Erster geworden würde ich sagen Und ich würd sagen Du sind wirklich kein Problem für dich was? Das reicht doch erstmal für diesen Part Beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Veranstalter Da sind wir in den Meisterschaften Da machen wir dann Also ich hab übrigens den gesamten Bereich hier fertig gemacht mit Straßenerkunde Den und bis hier Also ungefähr bis Bis hier so hab ich fertig gemacht Ich würd sagen Ich würd sagen beim nächsten Mal machen wir hier irgendwo Äh ne Meisterschaft Die da? Die da? Bis dahin Hau da rein und Tschüss 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 Tschüss